Und dann Moinzen zum Vorbericht vor dem Pokalkracher Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Bloß nicht Leipzig, weil bevor ich zu unserem Spiel komme, heute Abend schon das erste Halbfinale Freiburg gegen Leipzig und bitte, bitte Freiburg macht das einfach. Keiner will gegen Red Bull im Finale spielen, will einfach keiner. Und auch keiner will denen die Möglichkeit geben, dass ein Kampel zum Beispiel nochmal Red Bull in den Pokal kippt. Pure Vorfreude, weil genau das ist es. Am Samstag wurde auch schon der Final-Banner von 2013 rausgeholt von der damaligen Choreo vom Halbfinale gegen Freiburg damals. Und spätestens seitdem ist es die pure Vorfreude auf das Spiel. Es ist ja, ob es übertrieben ist, es für jeden Einzelnen zu bewerten, aber an und für sich das Spiel des Jahrzehnts ist es einfach. Weil wir kamen seit zehn Jahren nicht mehr so weit. In der Liga auch nicht mehr so hoch, europäisch sowieso nicht. In der Hinsicht ist es das einfach. Für mich auch. Auch Hoeneß gab es so auf der BK wieder. Die Jungs sind heiß und so muss das auch sein. Ich war auch vor zehn Jahren im Stadion 2013 Halbfinale gegen Freiburg. Das war ein unfassbarer Abend. Und hatte auch das Glück, glaube ich, über den Fritzeklub damals war das, an Karten zu kommen fürs Finale in Berlin. Auch das natürlich absolut unvergesslich. Also es ist bei mir echt keine Anspannung, sondern einfach wirklich eine pure Vorfreude auf diesen Pokalabend. Brutale Stimmung. Bleiben wir gleich mal in dieser Stimmung. Es wird ein Hexenkessel werden morgen im Halbfinale. Also 100 Prozent. Auch diese Baustelle ist da völlig egal im Stadion. Frankfurt wird gut Fans mitbringen. Jetzt scheißen wir auf die ganze Debatte von wegen Invasion oder nicht Invasion und Stadion eingenommen, nicht eingenommen. War auch schon bei Nürnberg lästig so. Das hat jeder Fan und jede Fan, jede Fangruppierung und wie auch immer, jedes Fanlager seine eigene Sicht drauf. Lassen wir die Thematik erstmal außen vor. Die werden Vollgas geben. Die werden mit einer Choreo oder Pyro oder irgendwas am Start sein. Bei uns natürlich auch. Ob es jetzt Choreo wird, Pyro wird, irgendwelche Fahnen oder so, wieder farbige Blätter hochhalten. Mal gucken, was es wird. Ich denke, irgendwas wird es geben, aber irgendwas wird sicher auch die Kurve wieder abliefern. Vielleicht packen sie tatsächlich auch die Choreo einfach aus von 2013. Wir haben ja das Finalplan schon rausgeholt. Die war damals auch sehr, sehr geil. Wir machen es wirklich einfach genau das Gleiche nochmal mal schauen. Es wird auf jeden Fall morgen für jeden, der im Stadion ist, glaube ich, Gänsehaut vom Betreten des Stadions an. Von Beginn an, da wird Betrieb und Spannung drin sein in der Luft und im Stadion und jedem einzelnen Fan da drin schon lange, lange vor Ampfiff. Und wenn das Spiel dann auch noch mitmacht, natürlich für uns im positiven Sinne mitmacht, dann wird das morgen Abend unfassbar. Antrag auf neutrale Finalplätze, weil das kann man auch noch entspannt machen nach dem Ausgang des Spiels, wenn wir am Mittwochnacht irgendwann wissen, wie es ausgegangen ist auf der Ticketseite vom DFB. Also hier nochmal für neutrale Plätze. Die neutrales Kontingent. Man kann da maximal vier Tickets beantragen, zwischen 60 Euro, 110 Euro und 160 Euro. Die drei Preisgelerien gibt es. Das ist auch schon mal ein Wink in die Richtung, wie teuer auch das Kontingent für die einzelnen Vereine wird, weil natürlich jeder Finalistenverein auch noch sein Kartenkontingent verkauft. Wie es der VfB macht, ist noch nicht offiziell, aber auch das wird dann sicher sehr bald kommuniziert werden, wenn wir dann am Mittwoch auch weiterkommen. Eintracht Frankfurt. Unser Gegner. Die Frankfurter stecken durch auf so einer Formkrise und auch irgendwo generell in so einer kleinen Gang-Sinn-Krise, Vereinskrise, wie auch immer. In den letzten zehn Spielen wettbewerbsübergreifend nur ein Sieg, fünf Unschieden-Friederlagen. Lief mal deutlich besser bei Frankfurt. Die ganzen Negengeräusche mit Berichten zu Tränen. Jetzt erst wieder, glaube ich, Sport 1 war es, dass er klar ist, dass er Teile in der Kabine verloren hat. Bei ihm ja eh die Frage, bleibt er über den Sommer oder bleibt er nicht über den Sommer. Aber auch wieder positiver Nachrichten. Vorstandssprecher Hellmann bleibt bei der Eintracht. Da gab es ja Gerüchte um die Bayern, glaube ich, zum Beispiel. Es gab Gerüchte um Ausfälle, die fallen aber wohl doch nicht aus. Also ein paar positive Nachrichten gibt es durchaus für die Eintracht. Und klar, in der Liga läuft es nicht, aber Eintracht Frankfurt ist eine Pokalmannschaft. Sind sie einfach. 2018 den DFB-Pokal gewonnen, damals das letzte Mal. Und letztes Jahr, haben wir alle mitbekommen, Europa League gewonnen. Die sind eine Pokalmannschaft, eine K.O.-Mannschaft. In der Liga, wie gesagt, verlieren sie gerade die europäischen Plätze so ein bisschen aus der Sicht mittlerweile. Liefern sie eben nicht ab. Aber auch ein Pokalsieg. Ein Pokalsieg qualifiziert direkt für die Europa League. So könnten sie also die Saison retten. Also es ist da auf jeden Fall eine Gefahr da aus VfB, dass die Frankfurter da in die Hinsicht komplett angestachelt sind. Aber ich bin VfB-Fan, deswegen auch noch eine Meinung von einem Frankfurt-Fan. Wer soll es anders sein bei mir auf dem Kanal als natürlich Ehrenbruder Benni, der hier auch noch kurz seine Meinung zu Eintracht Frankfurt mir geschickt hat. Ja, ich glaube zur derzeitigen Situation der Eintracht in der Bundesliga muss ich gar nicht so viel sagen. Wir haben zuletzt in Dortmund 0 zu 4 verloren. Wir haben die letzten vier Heimspiele 1 zu 1 gespielt. Wir waren in der Winterpause auf Platz 4 und jetzt stehen wir auf Platz 9. Wir haben letztes Wochenende gegen Augsburg die Champions League über die Liga endgültig verspielt, auch rechnerisch. Also die Eintracht in der Liga hat bei weitem keinen Lauf. Und ja, die Saison droht jetzt so ein bisschen Vollends zu Bruch zu gehen. Deshalb wird für uns der Pokal und das Spiel gegen Stuttgart jetzt die einzige Hoffnung, die die Saison noch zu retten fasst. Also natürlich ist über die Liga noch Europa möglich, aber der Pokal, ja, das ist wahrscheinlich für uns, für die Eintracht als Pokalmannschaft der wahrscheinlichere Weg. Und ja, dass wir die Pokalmannschaft sind, das ist doch auch das, was uns, denke ich, am meisten Hoffnung gibt. Und außerdem haben wir einige Spieler jetzt, die vielleicht zurückkommen könnten. Lindström, der am Wochenende schon wieder ein paar Minuten gespielt hat, könnte vielleicht starten oder mal gucken, wie ist es länger spielen. Kolobuani, der am Wochenende nicht gespielt hat, könnte zurückkommen. Endika, der in der Abwehrreihe auch fehlt, könnte vielleicht zurückkommen. Also mal gucken. Ja, ich bin nicht so negativ für das Spiel am Mittwoch. Könnte natürlich trotzdem sehr schwierig werden, gerade weil es auch auswärts ist. Und wir wissen ja, dass der VfB einen sehr starken Fansupport hat. Aber die Eintracht bringt natürlich auch eigene Fans mit. Und ja, mal gucken. Ich bin zuversichtlich, weil, wie gesagt, Pokalmannschaft. Aber wir werden es sehen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn der VfB den Pokal gewinnt. Aber beim Pokal hört dann die Freundschaft so ein bisschen auf. Also wenn wir den Pokal gewinnen könnten, das wäre dann schon natürlich etwas wichtiger für uns. Aber es hängt natürlich auch vielleicht ein bisschen davon ab, gegen wen man dann im Finale spielt. Und gegen RB Leipzig zu spielen, wäre jetzt nicht so schön. Also drücke ich heute auf jeden Fall die Daumen, dass Freiburg gewinnt, weil das wäre auf jeden Fall ein wesentlich schöneres Finale. Girasie-Einsatz. Weil wie bei Frankfurt mit Moani gab es, oder gibt es bei uns auch noch weiter ein bisschen die Stürmer-Sorge, nämlich um Girasie. Doch wie bei Moani ja scheinbar auch, sieht es bei Seru Girasie gut aus. Sie haben ja schon geschrieben, dass er fit sei, das Training eben voll mitgemacht hat. Wir haben jetzt auch auf der PK gesagt, dass er davon ausgeht, dass er dabei sein kann. Seru Girasie. Gestern gab es nur noch eine kleine Einschränkung bei ihm. Aber ja, die Frage eben auch grundsätzlich, was heißt denn dabei sein? So, was heißt dabei sein? Dabe sein heißt für mich, er ist dabei, er ist im Kader, er ist mit im Stadion, wie auch immer. Heißt nicht für mich automatisch Startelf. Deswegen kann er vielleicht auch Bank bedeuten. Bin aber trotzdem gut der Hoffnung, dass für unsere, muss man einfach, kann man nicht anders sagen, unsere Lebensversicherung vorne mit Girasie morgen wieder von Beginn an spielen sehen werden. Aufstellung. Auf der PK hieß es auch noch, dass Anton heute aufgrund von Magengeschwerden nicht trainiert hat. Irgendwie gerade vom Gefühl her echt auch beim VfB, das Thema Magengeschwerden oder irgendwas, Krankheit in die Richtung. Weiß nicht, ob es da Zusammenhänge gibt. Wahrscheinlich nicht. Aber er hat auch wieder Hoffnung, dass er morgen wieder dabei sein kann. Und hinten, diesmal, dürfen wieder alle spielen. Keine Sperren, kein Nix. Das heißt, Zagadou, Ito, Mafropanos und Anton sind fit. Das heißt, die Frage eh spannend, wer hinten rausrückt, wenn Anton fit ist zum Beispiel. Denke ich am ehesten als Zagadou. Der hat auch wieder einen dummen Elfer verschuldet gegen Gladbach 100%. Aber sonst finde ich ein gutes Spiel gemacht. Wird, finde ich, gerade auch immer solider, immer stärker. Und auch bei ihm, weil ich vielleicht auch nicht der Einzige bin, der so ein bisschen falsch im Kopf hat, weil er eben bei Dortmund gespielt hat und so mit ein bisschen mehr Vorschusslorbeeren kam. Der Kollege ist auch erst 22 Jahre alt. Zagadou. Von dem ja auch hier mal so ein bisschen der Versuch, ein bisschen Lanze zu brechen für Daxo. Sonst steht für mich aber die Startelf mehr oder minder fest. Nämlich Bredlo, Mafropanos, Anton Ito, Wagnermann, Endo, Carasso, Sosa, Mio, Silas und Gerasi. Prognose? Wohlgemut. Unser Sportdirektor hat gesagt, dass es ein 50-50-Spiel ist und da gehe ich auch mit. Grundsätzlich als Verein, der Champions League gespielt hat, Europa League gewonnen hat, Ambitionen eigentlich auch hatte in der Bundesliga auf diese Plätze da oben, Europa League, Champions League, wie auch immer, ist die SGE für mich auch vom Kader her aktuell trotzdem immer noch Favorit. So, einfach vom Grundsatz her Favorit. Gleichermaßen, wie gesagt, Frankfurt gerade eher schlecht drauf. Wir werden besser. Die Euphorie oder einfach das gute Gefühl, sage ich mal, eine gute Serie gerade, ist definitiv eher bei uns vor diesem Halbfinale. Gleichermaßen finde ich aber auch, dass wir weniger zu verlieren haben als Frankfurt. So, weil wie gesagt, für mich muss die Frankfurt, muss Frankfurt, muss die Eintracht dieses Spiel oder mit diesem Spiel die Saison retten. Mehr oder minder halt mit dem Spiel und dem Finale, nämlich sich über den Pokalsieg noch für Europa League zu qualifizieren. Wenn es in der Liga nicht besser wird, müssen sie es darüber retten. Denn wir können das Ding eigentlich wirklich als wunderschönen Bonus ansehen. So sehe ich es auch an. Der Klassenerhalt geht ganz klar vor. So, und das Spiel nehme ich zumindest einfach nur als Traum mit. Einfach wieder ein Halbfinale, Heimstimmung, Heimvorteil. Das wird ein wahnsinns Abend, wie ich schon ein paar Mal besprochen habe hier gerade. Pokalfinal in so einer Saison wäre generell wild mit vier verschiedenen Trainern und Abstiegsnöten und hier und da wäre der komplette Wahnsinn. Und wie gesagt, wenn wir es nicht schaffen, vielleicht seht ihr es auch anders, aber wenn wir es nicht schaffen, dann hat es halt nicht sein sollen. Dann ist es halt so, aber es war wenigstens schön. Es war ein geiles Erlebnis. Voller Fokus zurück auf den Klassenheit, auf die Liga und das wichtige Hertha-Spiel am Samstag. So sehe ich es eher am meisten. Deswegen ist da bei mir wenig bis eigentlich keine Anspannung in dem Sinne oder im negativen Sinne da. Es war wirklich, wie vorhin gesagt, komplette Vorfreude auf diesen riesen Abend, der es morgen Abend werden kann und werden wird hoffentlich. Sieg trotzdem, um bei der Prognose zu bleiben, ist definitiv drin aktuell von der Form und so weiter her. Hoffnung ist da. Wie gesagt, Heimrecht für uns. Geile Stimmung, dies, das. Dann machen wir es doch einfach wie 2013. 2 zu 1 Sieg. Ab ins Finale. Auf geht's. Besucherinformationen, weil es wird wieder zu frühzeitigen Anreisen geraten. Ganz klar, weil die Hölle ist los in Bad Cannstatt. Die meisten haben es schon mitbekommen. Ich sage es trotzdem nochmal. Wir haben unser Pokalspiel. Wir haben das Frühlingsfest, das läuft. Wir haben ein Helene Fischer-Konzert in der Schleierheile, müsste das sein. Dann die Handball-Bundesliga in der Porsche-Arena und Strecken wieder gesperrt. Fünfverkehr ist auch ganz klar. Einschränkungen im Nah- und Regionalverkehr haben wir auch alle schon miterlebt mittlerweile wieder. Es wird sehr wild. Also hoffentlich sind wir alle rechtzeitig auf unseren Plätzen im Stadion, sage ich mal. Ich kann mich noch ans Pokalspiel gegen Bielefeld erinnern, auch das letzte Heimstudienpokal. Und da war es schon nervig. Wie gesagt, Kurve war auch der einzige Bereich, der ausverkauft war, wo ich auch da drin saß. Aber der Rest, sonst waren es irgendwie 20.000, 25.000, die da waren. Aber wie gesagt, Kurve der einzige ausverkaufte Bereich. Und schon da sind wir wirklich so, dass es mir in Erinnerung geblieben ist, lange angestanden, ohne jetzt auch irgendwie viel zu spät dran gewesen zu sein, sondern eine ganz normale Uhrzeit. Deswegen irgendwie haben Abendspiele einfach generell immer so Potenzial für mehr Anstehen. Also da auf jeden Fall aufpassen. Und dann würde ich sagen, bleibt es eigentlich nur noch bei der Vorfreude. Wir sind durch mit dem Vorbericht. Wir bleiben bei der Vorfreude. Ich habe extrem, extrem Bock auf dieses Spiel. Morgen Abend 20.45. Flutlicht zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Stimmungmäßig und so weiter. Das wird alles brutal. Und hoffentlich kommen wir weiter. Ich bin guter Dinge. Danke fürs Zuschauen. Natürlich gerne Like und Abo dalassen. Ganz klare Geschichte. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.